auch dicht immer weiter speichern gewollt werden worauf schießt meine süße 4 der Tod so was Sprengen was was größer drüben viel Spaß dabei Alu gar speichern wir mal eben ab und laufen weiter ich sehe jetzt zwischen den Gebüssen keine Gegner Valora kommt auch nicht, ne? die, ja, die hat gewartet, bis wir weg sind damit wir nicht sehen, wie die sich darüber teleportiert das sind zwei Gegner oh, scheiter das ist eindeutig zu nah Alu Valora kleine Kuh, wo bist du? ah, das reinzüglich, wie lustig komm her, kleine Kuhmann nochmal eben speichern, wo wir nur noch halbes Leben haben ja, jetzt geht's aber los hier scheiße, nochmal eben, Leute nochmal speichern, nochmal Spielbänden, bis gleich so, also euch kriege ich doch so hab ich den getroffen oder nicht werde ich mir gleich sehen hab ich beide getroffen oder nicht hab ich dir gleich das Licht ok, es geht hier weiter, also werde ich mal eben speichern und dann lieber vorsichtshalber auf diese Waffe wechseln so, und los boah, ist das frei da kommt Alura was jetzt geht's ja weiter mit weiter an und dieser Funkturm muss das Störsignal aussenden ich schaue mir das genauer an und versuche den MI6 zu kontaktieren warum sehen sie sich nicht nach einer Fluchtmöglichkeit um wenn alles klar läuft, melde ich mich per Funk viel Glück mhm, ok elektrischen Gegner müssen deaktivieren, ok da sehe ich ja schon den ersten Gegner da oben ist schon ein Gegner wo ist der Typ jetzt hin wo ist der Typ jetzt hin naja, da oben bringt die mir nix ach, wisst ihr was, ich geh da komm ich gar nicht rein, haha, witzig da komm ich echt nicht rein, was war der Scheiß jetzt, folgt auf rückzu 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 der Leiter ist überall rückzu 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 Ich komme nicht ganz klar darauf herbei. Was ist das für ein Keller hier? Ich speichere mal eben, lieber Vorsicht, Sarah. Allerdings hätte ich gerne Rüstung. Nein, ansonsten würde ich hier kein gutes Ende nehmen. Da kriege ich nicht auf, Ton. Nee, noch nicht. Ah, jetzt blendet mich das Licht hier. Ja, es ist jetzt 13.35. Oh Gott, die Mission dauert doch länger, als ich mir erhofft habe. Na, egal. So, ich hätte gern irgendwas Rüstungsmäßiges oder so. Ja, sowas hatte ich mir erhofft. Ich speichere mal eben. So, dann geht's wieder runter. Und wir gucken mal, was da hinten ist. So. Ja, man kann auch Granaten schießen, die nicht direkt explodieren, sondern erst noch ein bisschen rumtitschen, sozusagen. So, deswegen dürfte jetzt da oben eigentlich so fast alles frei sein. Dann gehe ich mal eben hoch. Wow. Gute Arbeit. Sehr schön. Okay. Na, endlich. Endlich kriege ich auch eine Sniper. Eine noch. Wie? Eine noch. Wie? Eine noch. Ich dachte, ich werde fertig. Wer schiebt denn da auf mich? Oh. Ich ähnliche. Wenn. Wie? Oh. 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 Ich lauf, ich bin uns blieb. Oh. Oh. Mann, Mann, Mann. Oh, jetzt geht das Tor auf. Ich dachte, jetzt wäre ich ja nicht fertig. Ich habe halt gedacht. Scheiße. Egal. Speichern wir halt nochmal. Und erledigen auch die letzte Mission. Schießt der immer noch auf mich. Wie süß, mein Freund. Wie süß. Ähm... Okay. Okay, wir finden diese ganzen Türen hier. Oh. Scheiße. Okay, egal. Gucken wir uns erstmal da hinten um. Vor wir jetzt, äh, überstürmt los eilen. Ob hier irgendwas tolles noch ist. Sieht nicht danach aus, nein. Okay. Okay, okay, okay. 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 Okay.